Ja, hallo zurück. Es hat ein bisschen gedauert, ein ganz klasse bisschen, aber ich habe trainiert, also Rocky und Froster. Hier, der Beweis. Level 2, Level 2. Yeah, bin ich gut. Nein, bin ich nicht. So, wir gehen jetzt zu den Ruinen, weil da muss man das nächste. Aber das ist der Palast. Ich will gerade einen, der sich runter muss und nicht hoch. Oh, seid denn geil wieder, wie du das. Ich bin so genial. Oh, Heidi. Hallo, Heidi, alles in Ordnung? Blub, weg ist sie. Huh, sie ist weg? Ach, sag an. Komm, wir gehen mal zu den Ruinen da unten. Boah, was ist hier alles? Ihr hattet schon vorhin Heidi im, ähm, im Dings, in ihrem Haus gesucht. So, jetzt. Hm. Faina, ich mache eine Reise ohne Wiederkehr. Es war Schöne mit euch. Komm schon, Heidi. Übertreib nicht so. Hier, Ignoranten. Knall. Lass mich in Ruhe. Heidi. Heidi. Hey, ihr. Macht Platz. Wir haben Angst und laufen weg. Schnell, bevor Heidi's etwas zustößt. Sicher ist Hagen auch da drinnen. Was die alles weiß. Wow. Krass. Okay, ähm, Exalt Sample. Ich habe ein ungültes Gefühl in diesem Sample. Ich auch, weil ich die Musik hasse. So, die können wir nicht versiegen. Ah, ich habe Angst. Ähm, Zombies. Zombies. Klar, schon super abtacken. Und, ach du Scheiße. Ähm, ja. Sieht man. Ich hätte trainieren sollen. Nein, ähm. Zuerst. Bevor ich hier irgendwas mache. Flütt, nein. Flütt, nein. Flütt, nein. 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 Ich dachte, egal. Ähm. Ich dachte, ich denke viel. Ähm, egal. Ähm, ich kriege das schon gebacken. Ich laufe hier nicht nochmal raus. Nein. Ich kriege das gebacken. Glaubt mir. Ich kriege das gebacken. Ja. Ich kriege das gebacken. Auch wenn die Musik mich in den Wahnsinn treibt. Ich hätte auch Walnuss für einen kaufen können. Fällt mir gerade an. Ich habe ja wieder genug Geld. Ähm. Ähm, ähm. Ja, ich hätte letztens nur ein 2 kaufen können. Weil ich leide war. Ähm. Was mache ich jetzt gerade? Ja. Ja. Nee, doch. Ja. Lass mich in Ruhe. Oh, die ist gleich tot. Die ist gleich tot. Die ist gleich tot. Die ist gleich tot. Sie ist tot. Nein, sie ist nicht tot. Aber sie ist gleich tot. Scheiße. Ähm. Gibi. Bitte. Mach keinen Scheiß. Wer erinnert auch nicht? Kommt, Mädels. Kommt, Mädels. Kommt, Mädels. Es ist mir jetzt alles viel zu doof hier. Warte. Ähm. Ähm, 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 ähm. Füllwort, füllwort, füllwort. So. Ich kriege das Schwert. Dankeschön. Chewie. Ähm. Wirst du die Achse oder willst du die Lanze? Du kriegst die Lanze. Ja, du kriegst die Lanze. Ich könnte, aber... Ja, ich müsste eigentlich meine Waffen trainieren. Aber... Mano. Ärger mich nicht. Pferd. Aber hör auf, warum mir ärgerst du mich? Du bist ja eine Schachfigur. Du bist nichts mehr. Ja. Nein. Ähm. Hallo? Hi, wie geht's? Runter. Runter. Musiklauter. Ich muss ja versuchen, wie das steht, in die Box runterzudrehen. Schwert. Stirb. Ja. Feina. Feina. Warum kannst du nicht angreifen? Nein. Chibi. Chibi. Ich brauche aber deine Attacke noch. Chibi. Ähm. Ähm. Mache. Tun das hier. Ja, danke. Was ist? Ach so. Cool. Ähm. Die Kiste werde ich nicht aufmachen. Ich habe Angst vor... Kisten in diesen Ruinen. Die sind gruselig. Die sind sehr gruselig. Jetzt stirb. Stirb. Danke. Chibi. Chibi. Du hast es geschafft, Chibi. Ernst? Was ist hoch oder runter? Ich weiß es nicht. Was macht der da? Danke. Chibi. Chibi, Chibi, Chibi. 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 Jetzt. Oh, diese doofen Zombies. Gib mir eine Knarre. Ich will sie erschießen. Gib mir einen Raketenwerfer. Hier muss ich nicht lang. Hier muss... Red mit mir. Wo muss ich hin? Ähm. Ich muss mich unbedingt angewöhnen, auf Chibi aufzupassen. Die ist schlimm. Ich weiß, wie es schlimmer ist. Chibi oder Musik? Ich weiß nicht. Oh Gott... Chibi. Oh nein. Scheiße. Ich hatte nur noch 5 MB. No way. Ähm, 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 ähm. ähm, ja, ähm, ich hab's jetzt gerade wieder nachgedacht, ähm, ich werde wahrscheinlich, ähm, öfters, ähm, Pausen zwischen zwei Wochen einlegen, weil, ähm, die Schule mir wesentlich wichtiger ist. Klingt komisch, ist aber so, ähm, ähm, die Schule hat jetzt gerade erst angefangen, ich will mir jetzt nicht, ähm, sofort versauen. Ich will erstmal einen guten Start haben und, wenn sich das alles so beruhigt hat, dann, ähm, schau mal weiter. Ähm, also nicht wundern, wenn ich jetzt schon wieder anfange, ähm, mit Füllwürden mit mir rumzuschmeißen. Nein, dass ich, ähm, längere Pause mache. Das wollte ich nur so gesagt haben. Und ich wollte auch gesagt haben, dass Shibimi mich echt gerade so ankotzt. Und dieser Zombie auch. Alles hier. Wieso hat er jetzt nur acht Lebenspunkte dazu gekriegt? Ich finde das unfair. Ich würde am liebsten alle hier alleine spielen. Am liebsten würde ich die ganzen Patronen für mich alleine einsammeln. Und den Endgegner alles selber machen. Dann hätte ich nicht Probleme mit dem Weibern hier. So, die Termorte ignoriere ich jetzt gerade mal. Ähm. Herr Tomate, verfolgen Sie mich nicht. Herr Frau Schachtfigur, lassen Sie mich in Ruhe. Herr Doktor Kölbner. Ja. Komm schon. Siegen wir den. Danke. Herr Tomate. Herr Tomate. Frau Tomate und Herr Tomate. Das sind ihre Kinder. Ich will hier weg. Er ist da vergiftet. Achso. Sieh nur. Verdammt. Aber trotzdem. Ähm. Ich bin gleich da. Ah, deswegen ja. Ähm. Nein. Ja. Nein. Ja. Bitte einmal auf alle. Für Level 2. Alter, das ist schon ganz verantwortlich. Verdammt viel. Ähm. Wir sind da. Schweig. Schweig. Hö. 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 Ähm. Und unser... Ja. Wer ist das? Bist du Tantalus? In der Tat. Und ich. Und euch kenne ich auch. Ihr seid diejenigen, die Tura besiegt haben. Lass sofort Hagen und Heidi frei. Und nimm den Fluch von den Leuten. Ach Gottchen. Ihr macht mir Angst. Meint ihr etwa diese Heidi? Ach Gottchen. Wie vor euch erregend ist das denn? Egal. Ähm. Ich habe ihr die Lebenskraft entzogen. Nun ist sie meine Sklaven. Mhm. Ich brauche die Energie der Menschen. Sonst kann ich unmöglich die Mahlerfestung reaktivieren. Und wenn...